Musik Der Weg von Giuseppe Pinone in die Kunst beginnt auf sehr eigene Weise. Er verließ enttäuscht die Kunstschule in Turin und kehrte in sein Dorf zurück, wo er in den Wäldern erste Aktionen ausführte, die fotografisch dokumentiert wurden. Nun, was hat er in den Wäldern des südlichen Piemont gefunden? Es war der Baum, der Baum als Symbol für die Einheit zwischen Natur und Skulptur, der Baum als Prinzip des Vitalen, des Wachstums und damit hat er seine ersten Arbeiten konzipiert. Berühmt wurde er vor allem damit, dass er in einem Holzbalken den Baum wieder vorgefunden hat und den Baum herausgearbeitet hat, um zu zeigen, dass eigentlich in jedem Stück Holz der ursprüngliche Baum steckt, das Prinzip des Lebens und der Skulptur. Musik Giuseppe Pinone ist ja im Grunde ein Bildhauer. Aber ein Bildhauer, der mit ganz eigenen Mitteln vorgeht, beispielsweise in der Gruppe der Gesti Vegetali, der Pflanzengästen. Dafür hat er Puppen verwendet und sie in die Position von Modellen gebracht, diese Puppen dann mit Gips überstrichen und mit der Hand nachbehandelt. Und dort, wo die Hand die Figur berührt hat, diese Teile wurden gegossen und die Leerstellen mit Pflanzen gefüllt, sodass an sich der Übergang der Figur zu einer Pflanze sichtbar wird, so wie wir ihn aus antiken Mythen kennen, beispielsweise von Apollo und Daphne in den Metamorphosen von Ovid. Musik Der Dessin ist immer sehr wichtig, denn dieses Mittel ist ein langage, der inhaltende, seit der Nasein von Ovid. Das Atmen ist Kultur, sagt Pellone. Er macht darauf aufmerksam, dass die elementaren menschlichen Handlungen wie Atmen oder Berühren eigentlich die Prinzipien der Skulptur vorausnehmen. Der menschliche Atem hinterlässt eine wolkenartige Form in der Welt. Davon ging er aus und gelangte schließlich zu diesen Tongefäßen, den großen Terrakotten, die er Sophie eben Atemhauch nennt. Der Künstler mit den verspiegelten Augen, eines seiner ersten Bilder, ein Bild, das mythologisch geworden ist. Der Künstler sieht nichts mehr, aber die ganze Welt spiegelt sich in seinen Augen. Ich glaube, es gibt nichts Schöneres, als was man über den Künstler sagen könnte. Untertitelung des ZDF, 2020